Kurz sitzen bleiben, wir kommen gleich. Familie bedeutet ganz viel für mich. Ich habe ein ganz großes Glück gehabt mit der Herkunftsfamilie, in die ich hineingeboren bin. Ich habe einen ganz tollen Sohn bekommen vor sieben Jahren, den ich über alles liebe. Familie sind für mich die Personen, die mein Leben lang für mich wichtig bleiben. Familie ist für mich sowas wie ein ganz fester Bund. Familie bedeutet für mich sehr viel, weil meine Familie mir sehr viel Kraft gibt. Familie ist ein Ort der Geborgenheit, ein Ort an dem man sich aufeinander verlassen kann. Dort ist ein kleines Mikrofon. Guck dort. Du darfst es nicht anfangen. Das Familienzentrum bedeutet mir viel. Es ist ein ganz toller Ort geworden, den sie uns hier geschaffen haben, mit super Räumlichkeiten und Spielmöglichkeiten. Und was ich noch viel toller finde und wichtiger ist, dass das Familienzentrum ein Ort des Herzens geworden ist. Und es lebt durch die Menschen, die hier zusammen arbeiten, durch unsere tollen Kinder und Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen. Familienzentrum Peter und Paul ist für uns ein ganz wichtiger Kooperationspartner als Kinderschutzpunkt. Das Familienzentrum Peter und Paul besticht erstmal als freundliches Gebäude mit schönen Außenanlagen. Es ist für mich ein Ort geballter Familienkompetenz, wo unterschiedliche Angebote für Familien gemacht werden. Der Kindergarten, die koordinierenden Kinderschutzstellen, vielleicht auch bald ein Familienstützpunkt. Das Familienzentrum Peter und Paul ist für mich weit mehr als eine Kita. Es ist ein Leuchtturm für die Familien hier im Stadtteil Oberhausen. Hier können sie all das an Unterstützung erfahren, was sie brauchen, um ihr Leben als Familie meistern zu können. Ich komme hier jeden Tag sehr gerne her. Die Atmosphäre, die Kinder, die Familien, das strahlt einfach auch hier in den dritten Stock. Das Familienzentrum Peter und Paul ist eine neue Einrichtung mitten im Herzen einer Sozialregion, die besondere Herausforderungen hat. Eine Einrichtung, die offen ist, die keine Hemmschwellen hat. Ein Kindergarten ist wichtig für die Kinder, weil er sie begleitet in dem wichtigen Alter vor Schuleintritt, sie ganz spielerisch ans Lernen heranführt. Kinder sind auch oft zusammen in einer Welt, in die Erwachsene weniger gut einfachen können, die man vielleicht als Eltern nicht so zur Verfügung stellen kann. Der Kindergarten allgemein ist wichtig für einen geregelten Tagesablauf, für die ganze Familie, insbesondere für meine Tochter. Ich finde, dass sie selbstständiger wird durch den Kindergarten und auch ich als Mami kann wieder arbeiten gehen. Der Kindergarten hier ist wichtig. Die Kinder können sich weiterentwickeln, die können auch viel Deutsch lernen und sie sind einfach glücklich. Ich wünsche dem Familienzentrum Peter und Paul, dass es eine Entwicklung nimmt, die sich jetzt abzeichnet. Dass das, was an Möglichkeiten wir hier kennenlernen, auch wirklich eintritt und die Familien hier im Stadtteil Oberhausen das finden, was sie brauchen. Ich bin überzeugt, dass das gelingt. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.